Ein Herz, das seinen Jesu nebentangst, empfindet Jesu neue Bilder und dichtet nur auf seinem Heilandkreis. Ein Herz, das seinen Jesu nebentangst, empfindet Jesu nebentangst, empfindet Jesu nebentangst. Ein Herz, das seinen 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 Jesu nebentangst. Der Heiland steht und zieht mit Macht. Zu deinem Heil, zu seinem Ruhm, muss hier der Satan kurz anzittern und sich die Hölle selbst erschüttern. Es stirbt der Heiland die Zukunft und fädelt wirklich zu der Höhe. Sogar vergisst er sein postbarer Blut, dass du in seiner Blute siehst. Denn dieses kann die Feinde fehlen und wenn der Streit dir an die Seele bringt, dass du als Mann nicht hebe Wunden liebst. Die Kraft ist für mich heil an mir, zum Heldentot, zum Stärker in den Streiten. Mein Herr, mein Gott, mein Auferstandes Heil, so hat kein Feind an mir zum Schadenthal. Die Feinde zwar sind nichts zu sehen, und schützt ihn in den neuen Zielen. Der letzte Feind ist Krab und Tod. Tod macht auch Stimmen zum Tönen der Riesenblut. Der letzte Feind ist Krab und Tod. Der letzte Feind ist Krab und Tod. Der letzte Feind ist Krab und Tod. Der letzte Feind ist Krab. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Musik